Ich habe hier Fotos von der Todeswand, war am Oktoberfest und ich schätze aus dem Foto diesen Winkel Alpha, das ist dieser Winkel hier, Alpha, auf 75 Grad. Ich schätze aus diesem Foto den Radius, so hier den Radius auf 6 Meter. Die Masse schätze ich mal, 70 Kilogramm, kürze ich meistens raus. Und aus diesen Daten möchte ich die Geschwindigkeit berechnen, Kräfte und Beschleunigungen vor allem. Und möchte am Schluss dann nochmal über die Reibung reden. Und der Ansatz ist folgender bei dieser Geschichte. Also der Tangens von meinem Winkel, den ich da habe, hier ist er. Tangens Alpha ist die CFZ durch FG. Und da habe ich ein extra Video. Das wird unten verlinkt. Und wer das nicht versteht, ich habe hier einfach so ein Dreieck. Ich habe hier, die Zentrifugalkraft geht nach außen, die Gewichtskraft geht nach unten. Und ich habe den Winkel Alpha, den habe ich hier nochmal drin. Von FG, FZ, Gegenkathete zu Ankathete. Hier, hier, das da. Gegenkathete zu Ankathete ist Tangens Alpha. Und deswegen passiert es. Mit diesem Ansatz kann ich jetzt ganz viel machen. Und zwar interessiert mich jetzt als erstes mal die Geschwindigkeit. Also ich, und die steckt in der Zentrifugalkraft dran. Also machen wir hier so. Also FZ ist Tangens Alpha mal FG. Also jetzt hier so mal FG, dann ist es drüben. Und jetzt habe ich hier MV Quadrat durch R, das ist die Formel für die Zentrifugalkraft. Oder auch Zentripetalkraft ist Tangens von Alpha mal M mal G. In diesem Fall kürzt sich die Masse weg. Das ist egal. Also die Geschwindigkeit hängt nicht von der Masse ab. Wer schwer ist, muss nicht schnell fahren. Und hier mal den Radius. Und dann habe ich V Quadrat ist Tangens Alpha mal G mal Radius. Noch die Wurzel ziehen. V gibt dann, ich habe es irgendwo so 12, 15. Das ist 15 Meter pro Sekunde ist ungefähr mit mal 3,6 ungefähr 50 Kilometer pro Stunde gerundet. Und das erscheint mir auch realistisch. Ich habe gesehen, wie die sausen. So, das ist schon mal erstes Ergebnis. Ich schätze die Geschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde, die er da fährt. Nächstes. Die Kräfte. Gut. Für die Kräfte weiß ich ja, also Fz, das ist die eine Kraft. Fz ist MV Quadrat durch R. Einfach nur einsetzen. Wenn ich die Masse von den Menschen schätze, also die 70 Kilogramm, also genau, 70 Kilogramm, dann 15 Meter pro Sekunde in Klammern zum Quadrat. Und 6 Meter, dann komme ich ungefähr auf... Es sind ja alles so Fotoschätzungen, deswegen schätze ich das hier grob. Was haben wir denn? 2.600 Newton ungefähr. Ja, so 2,6 Kilo Newton. Sagt mir jetzt nicht viel. Mich interessiert aber Folgendes. Der Mensch, kann ich das hier so zeigen? So, auf den wirken ja zwei Kräfte. Auf diesen Fahrer wirkt die Zentrifugalkraft und dann wirkt hier die Gewichtskraft. Und mich interessiert die Gesamtkraft. Und das mache ich jetzt noch ein bisschen ausführlich. Das finde ich spannend. Also ich habe hier Skizze. Ich habe hier Fz, die Zentrifugalkraft. Fg, die Gewichtskraft. Wer es mit Zentripetalkraft rechnen möchte, in Mathe ist das Gleiche. Und dann habe ich hier eine Gesamtkraft, F. Und die bekomme ich mit dem Pythagoras. Also F, ich habe hier einen rechten Winkel. Und dann habe ich hier, das ist das rechte Winkel, das ist das Rechte-Winkel-Dreieck. Da war vorher mein Tangens und jetzt habe ich den Pythagoras. Das Fg ist ja nochmal hier drin. Ist die gleiche Länge. Hier ist nochmal Gewichtskraft. Also F² ist Fz² plus Fg². Und Fg ist ja M mal G, also 70 Kilogramm mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Und das hier, das Fz, habe ich hier schon berechnet. Und dann komme ich auf eine Gesamtkraft von F ist ungefähr 2,7 Kilonewton. Also 2700 ist gerundet alles. 700 Newton, also ungefähr 2,7 Kilonewton. Gar nicht so viel mehr wie die Zentrifugalkraft selber. Da kommt hier nicht, also der, wenn man das hier macht, das ist nicht so viel länger. Die Länge ist ja immer, die Länge symbolisiert die Stärke der Kraft, den Betrag der Kraft. Und wenn der so, 75 Grad, macht es nicht so viel aus. Nächstes. Mich interessiert die Beschleunigung. A ist gleich? Fragezeichen. Es gilt ja immer, F ist M mal A. Und die Kraft kenne ich. Die Masse habe ich geschätzt mit meinen 70. Und dann weiß ich A gleich F durch M gleich 2000. Jetzt muss ich nicht Kilonewton nehmen, sondern Newton durch 70 Kilogramm. A ist dann ungefähr 38 Meter durch Sekunde Quadrat. Das ist ziemlich unanschaulich. Ich vergleiche das immer mit dem Ortsfaktor. Das ist 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Also wenn ich jetzt mache, die 38 Meter durch Sekunde Quadrat geteilt durch 9,81, dann bekomme ich so 3,8. Also bekomme ich ungefähr was mit 4. Lassen wir hier mal die reine Nebenrechnung. Machen wir das weg. Das ist ein bisschen sauber ist so. Nebenrechnung. Ja, so Nebenrechnung. Und was heißt das? Ich sage, A ist nicht 38 Meter durch Sekunde Quadrat, sondern ist ungefähr 3 mal der Ortsfaktor. Und daraus, ne 4 mal. Hier war ein 4er. Also 4 mal. Und das kann ich mir jetzt vorstellen. Ja? Ja, also A gleich 4G. Das ist ungefähr vierfache Erdbeschleunigung. Ich fühle mich viermal. Also wenn ich auf dem Motorrad sitzen würde, werde ich mit ungefähr 4G in den Sattel gepresst. Ja? Und das erscheint mir jetzt auch halbwegs realistisch. Also ab 10G schaffen sie nur noch Kunstfliegern. Nicht dauerhaft. 3G ist der Looping. 4G ist schon eine echte Herausforderung. Also für die Leute, wenn die da so hier so fahren. Genau. Also könnte auch sein, dass es nur 3G sind. Ja? Das ist ja alles geschätzte Werte. Aber könnte schon sein. Also was haben wir? Mit 4G werde ich gepresst. 50 Kilometer fahre ich. 50 Kilometer pro Stunde. Die Kraft ist ein bisschen unanschaulich. Jetzt noch eine Bemerkung zur Reibung. Geht's gut? Also los geht's. Ich habe hier... Das ist die Wand. Ja? Und hier ist der Reifen. So. Hier ist der Reifen. Da hängt das Motorrad dran. Ein bisschen so schmal mit Grau. Und mein Reifen ist hier so grau. Genau, genau. So. Und dann habe ich jetzt Kräfte. Und ich habe an der Stelle mein Fz. Und an der Stelle habe ich meine Gewichtskraft. Ja? Und die Gegenkraft der Gewichtskraft ist die Reibungskraft. Die muss... Ja, hier F... Genau. Fr. Reibung. Also die Reibung muss genauso groß sein wie die Gewichtskraft. Sonst rutscht der Reifen runter. Und es gibt eine Formel, die kommt im Schulunterricht wenig vor. Fr ist Normalkraft. N mal einen Faktor µ. Und normale ist immer... Hat halt immer was mit 90 Grad zu tun. Ja? Also das ist... Hier ist 90 Grad. In unserem Fall gilt also... Die Reibung ist die Zentrifugal- oder Zentralkraft mal µ. Also diese Kraft, die hier, dieses Fz. Also je größer das ist, je größer die Kraft ist, mit der der Reifen auf das Holz gepresst wird, umso größer ist die Reibung. Also je mehr Fz, umso mehr kriege ich Fr. Und das µ, das ist ein Faktor, der sagt, wie viel Reibung habe ich denn hier? Ja, also wenn ich das mit Seife einpinsel, ja, also wenn es rutschig ist, ist das µ klein und wenn es eher angeraut ist, ist das µ groß. Ich habe da in Wikipedia gegoogelt, µ Reifen auf Holz 0,55 grob. Ja, und damit haut es hin. Also Fr ist, was hatten wir denn hier? 2, also 2600 Newton mal... Ah, das war für den 70, für die 70 Kilo. Ja, die würden sich rauskürzen mal 0,55. Und das ist dann größer als Fg. Wenn ich hier immer die 70 Kilo nehme und hier die 70 Kilogramm, kann man vergleichen, weil eigentlich wiegt das Motorrad mehr, aber dann habe ich an der Stelle mehr, habe an der Stelle mehr. Also es geht gut. Es geht locker gut. Ja, könnte ich ja ausrechnen. Ich habe also keine Angst, dass er hier abrutscht. Ich habe eher Angst, die fahren da auch freihändig, ja, juhu, und machen alle möglichen Stunts. Also da kann schon mal... Also das würde ich nicht machen. Genau, ich hoffe, das ist halbwegs...